noch aufnimmt vorerst ein abflucht mit das Leben was mit was nimmst du dort auf und dieser aber ich habe mir bald das Wunder mit dem sie ergränt zu wissen zu breiten werden und wurden Gründer genau und die Mulder Meister von damit nämlich bei der Aufwand kostenlos auch schon mal läuft noch meine nicht zu tun ich so gut noch ist jetzt nicht mein Problem ja Leute ich bin ja ich bin zurück bei Floßaufnahme ja ich bin jetzt hier ich nehme jetzt wieder auf und so Köln 0 Lager starten nun voll ist Prozent ja Wanne du kriegst dann halt morgen einfach die Dateien von mir oder ja ich habe einen Lack könntest du mir rote Welle hochbringen bitte nein da muss ich wieder hier runter dann müsste ich zu dir hoch ja und schaffe mein Grundstück scheiß geil wie kann man nur so schlecht sein älter an Kälte die Rüsterkönigte eine Däute und wir haben auch so angefangen ich weiß aber er hat nicht so Monsterloch wie ich ich habe es in Ordnung ist um los auf der Karte zwei Kinder bei denen schausten ja der eine schon nicht mit dem unten er hat sich dann auch einfach und in der nächsten er wenn es abklaut sperre geben das ist das das ist das Bordmann auch als Zerrein und TG Dank sind die sehr geholfen und sie meinen dasselbe so schon wieder gestorben nein ich habe noch volles Leben hat es schon ein Pfeil im Kopf ich habe immer ein Pfeil und ihr ich habe leider keine mehr gefunden ich muss erschwert dass sie wieder wachsen ja ich habe mich gecheckt ich habe das gleiche gemacht wie ich habe das gleiche gemacht wie das ist dein Server das ist mein Server seit wann gibt es das denn? ok muss ich mal merken Flo kann es auch dieses Holz mitbringen wenn du findest ey der wirkt sie doch mega cool aus oder? ja der hat sich direkt gefestet wird ey was geht ok weil ich auch zur Aufnahmstartung wirklich abholen das sieht dann nämlich total komisch aus Flo? ja oh kurz her ja ok oh mein ist gerade das wichtigste weg ach doch die drei Pfeil ist weg das wichtigste fehlt ja mach's das denn so alles geben wir mal kurz ne Axt sicher oder auch nicht ganz stelle ich mal dahin über die Kiste oh toll ich darf wieder alles einsammeln ha viel Spaß mit bis mit dem guten Tag ey ich brauch die Axt ja warte ich räume gerade Sachen weg das ist ein bisschen ich bin langsam wird's lästig die am Arsch ohne Spaß Juli ja ich bin aber nicht am Arsch am Arsch er will ich nicht den schlechtesten ähm ach ich hab die Treppeile wieder wie auch immer Juli ja siehst du gerade? ja nr 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 es soll jetzt ein bisschen ok es ist was er das ist die Kanäle da diesmal hat die Zeugnis das kommt der Schwerpunkt gibt den Menschen wenn ich da noch was Juli ja ich gebe sie habe ich das nicht gesagt wo ich sie geben soll ich schätze in das Netter Portal reingeht da anzuholen das kann Juli ist total sozial und so ich hab ich hab's nicht in der Reihe liegt erst okay noch so auch gar nicht in der Hand oder das ist ein Eisenschwert er sagt doch die Bauern ich hab das Tier Schwerte reingeschmissen ist für dich du Bomi Junge der Schmerz ist ein ein so ist er in der Axt kämpfen eine Liederlösung die Sachen ich weiß nicht so dass wir es allein in Schmerz aber in anderen die einfach und ich war cool ist es zu tun er hat er kürzer Katz wegen Scheiße fährt Tja, jetzt läuft Bist du nun sauer? Ja Keine Ahnung, Juli oder so Nö, ich bin nur das, weil gerade so ein bisschen rumbackt Ja, hab ich gerade gesehen Schade, ich würde es dann schon antworten Dann wäre schon stinksauer Boah, war ein kleines Wohl, ist lustiger Nimm schon auf Ja Nimm schon auf Ja No, du gibst mir jetzt da einen Schwenk Boah, du bist du mal, ist kaputt gegangen Oh, gut, dann Doch, ich hab's noch, aber Es geht bald kaputt, aber Da man auch, wo man selber geht Wenn wir den Weg das ganze Ding sieht, sieht mega geil aus Netz, verrückt, hoffentlich nicht noch mal Nee, ich hab ja, ich hab's ja, ich hab's selber schon, die Erschwerte, danke Geschenk Ich hab's ja nicht kaputt Ich repariert's einfach später Das steht einfach gleich in Lava So, ja, ich hab's ja Ich hab's ja nicht, boah Ich hab's ja nicht, boah Ich hab's ja nicht, boah Der kommt gleich auf und über Der war's главное by a spider Oh, aber der Weg so Holz aufwendig, ne? Ja, das ist so betracht noch mal die Schönheit tut man doch alles muss zurück wie Paul nicht siehst du mich nicht ob ich sie schrieb die in die Bühne das ist schon zu werden ne manchst der Zoll der Kratzerweite versteht und Papa bekommt sie nicht dran bei der Verkaufstattung 9 mit dem Fall ist lustig Juli er hat sich am Sack er hat 5 auch durch die Stelle 9 das war ein männlicher Schritt die Verkaufel schreit worden er hat hier ist er nur hingeworfen Krupp explodiert mit dass die erstwerten mit sich ja ja einfach dass die erschwert bei mir ist ich hätte es nicht geben ich will nicht so scheiße aber ich bin sonst ein hühnchen an macht es einmal schon ich weiß dass er dann der nächste Redaktion ich weiß du hast ein dunkles Holz bis hin 9 das Bomi hat für einen Baum gereicht weil er hat immer ewig lang gepflanzt ja aber das ist alles wieder weg die Bale die es ja alles selber gebraucht hat ähhhhh Hörnol dann such mal aber mal bitte weißes Holz in der Zeit okay dort in die Richtung ich danke dir Buck du hast das Red wieder in die Truhe teleportiert nicht gut ach schade schade aber klar dass du es mir nicht gönnst klar dass du es mir nicht gönnst bist du einfach lustiger gewesen ich weiß es ist übertrieben wo steht gewesen Skil-Lett 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 ja gibt mir erstmal 5 schade und warum hat das EW Chicken Rot k 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 nicht und nicht und es gilt juli sein er hat ja nicht nur liefen genau der rückwürdig scheiße ein paar mal auf derzeit feste gerade gekommen oder wie es macht er so was war das das war eine Wehe das schreckt sich noch mal so aber was war das Walden Nürnberg steigt es zu tun und wir haben auch zu kurzem Neuer ein er will einfach nur wenn du stürzt wenn ihr es nicht genau und das ist das aber es ist auch so wenn man nicht wir verstehen uns einfach ja ich hab auch meine rüstung ist so was soll ich habe jetzt 53 so meisters holz er ist noch ein paar dunkle bäume jung sogar ein paar einer sehe ich hier zwei ja ich habe gerade noch ein paar gepflanzt marcel kannst du mir ein paar dinge facken geben ja da hinter dir eben die habe ich gepflanzt das steckt ausgeworfen wie welchen reichelt und wir brauchen ja okay ich habe das gefühl dass ich auf einem monster-spawner geboren auch auch nirgendwo ja so das portal und das braucht das das braucht weil er das habe ich eben vorgekommen okay Loll das ist ja auch nicht das so was los zu leben auch bitte ist total neben mir ab um da kommt so komische kreaturen raus die die sich wie sind die noch mal die märz genau zu mir begrenzt nennen Schweinebriester die der 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 Mannschaft hat er bei der Florene du müsstest dich an flogen den Bauerspott scharfen Kuhgege das macht das scharfen Kuhgege das war gut ist da gerade rum ja dass sie im Bauern zu Doppel Upp die Erkolle um beim Wasser das kein immer weil was ja geil ist Jo oha Prozent so wusste ich dass das jetzt kommt n weil ich auch nicht gehalten der Fall Spaß wieso wusste ich nur was das jetzt kommt Prozent er ist viel nicht nur nein das ist einfach nur so dass die meisten intelligenten Menschen nicht mehr nicht zu entlegen Menschen kommunizieren weil sie die nützlose Argumentation vermeiden wollen Leute ich kann den Weg aber nicht immer gleich breit machen von Haus Eingänge so guck hier ist der jetzt ein bisschen weniger breit hier ist er nur vier breit hier ist er nur vier breit so wenn ruhig denn 1,2,3,4,5 da ist schon fünf breit da ist vier aber das ist egal brauchen wir den unbedingt fünf breit ja das ist halt die Standartgröße ja okay und hier habe ich einmal mein Kraft gibt keine Rückmeldung tut sich die Karte das tut doch schon jetzt fast immer ich glaube einfach ich habe meine Hände war eine Hände wer klappt man Volker ich könnte mir jetzt hier ein guter Prozent und so ein Kämpfer ich bin ein Stück einfach an der Ecke und hat genau gewartet bis ich runterkommend das ist ein bisschen helfen und dann das schon so war das der bis zu sterben und er ist die Städte da ist und damit ist es nicht passiert Wo ist der? Der zuckt hinter der Schmiede oder so, oder in der Schmiede Ne, kann gar nicht sein Kann doch nicht bringen Ich seh den, ich weiß wo er ist Der steht unter dem Evil Chicken von mir mit Aber der ist unter dir Ich will den Ich krieg den nicht Der hat dem Evil Chicken einen Penis gebaut Der wird sterben Wo? Alter Es ist mir egal ob du eingebaut hast und ich Du wirst trotzdem sterben Weil du mich angegriffen hast Ok, weil du, warum bist du ohne Russ Und du hast und hab Ich hab keine Pfeile und auch keinen Bogen Da ist schon wieder Du wirst sterben Aber ich treff dich doch nicht Es wäre doch scheißegal, du wirst trotzdem sterben Und zwar instant Das ist das ganze in Let's Playline Aber du, die bauen mal wirklich zu Ende, du bist nicht jungen Scheiße zu machen Ja, ok, warte Aber ich trau mich jetzt nicht runter zu gehen Komm einfach runter Ja Ja Flo, du kannst, hast du noch Holz nicht, ne? Was kann ich? Warte ich schon mal, vielleicht hab ich daheim noch Holz Nix kannst du Neun 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 Jawoll Wie wir nicht mal was machen mussten Ich neck mir mal seine Sachen Ich neck mir seine Sachen Ich neck mir seine Sachen Bring mir was mit Hehehehehe Hehehehehe Reicht ein Pfeile Oh, yo So, jetzt packe ich meine geheim gefarmte Rüstung aus Hehehehehe Wahrscheinlich so Leder Rüstung Und so Hehehehe Fehl dir noch was? Ein Boge Sind es deine gebratene Kartoffeln? Ja Noch was? Ja, feile What the hell Nee, da hast du gesagt Hast du grad nicht angegriffen, Juli? Wie ich den Pfeil einfach nie fliege gesehen hab Juli, hör auf einfach anzugreifen, Leute, okay? Ja, ich brauch nur noch meinen Pfeil Achso, das hab ich ja verbaut, stimmt Okay Aber die Kartoffeln würd ich gern wiederhaben Hä, die hab ich ja nicht mehr Ich hab alles liegen lassen Da muss ja hinlaufen Nee, hab ich lauf? Hä? So, und so So, die Etage noch, dann kommt doch doch Mein Geld Oh, yo Mach's doch schön Richtig schön Richtig schön Richtig schön Ja Nee, passt Nee, passt Ich muss das so machen Stopp Ähm, Knochen Mh Shit, Marcel, habt ihr noch Knochen? Oder Bowenmeel? Ja, haben wir Ich guck nach Ja, Bowenmeel haben wir ganz viel sogar Ja, okay, gut, weil Ähm, dann würd ich gleich noch ein paar Bäume hin Machen Ich hab nämlich ziemlich viele Setzlinge Mh 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 росchleiter Von Siext G Mh noch nicht angeguckt happiness Geld Trüben Trybhan Schenk Ich the on the wooden Mh Ex目 Herb Mh Wasser Hö Nehmen wir so einen Steak oder so Ähm, wo... Ach, aber alles genommen Meinst du diesen Holzweg? Ja Jo, ich glaub mal Standard Ey, wo... Ey, welches das Spiel hat so einen Holzweg? Nicht abbauen Der Let's Play Throne Schau, wenn du den abbautst Schau, wenn du den abbautst Dann bist du immer im Krieg Ohhhhh, ist jetzt Wasser drauf Ohne willst du, der fehlt, egal wer du stirbst Ja, und dann baut ihn heimlich Mehmet ab Erstmal denken Mehmet baut ihn ab Was macht überhaupt da? Mehmet, das will ich jetzt persönlich Mehmet, du weißt schon Warum ist das Der Schnabel von dem Chicken Hast du denn runtergeschossen? Nein Wie denn, ich hab keine Pfeile Ich find's zu geil Ich find's zu geil Geh weg, Mehmet 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 Nicht Muppet Alter, geh zu dumm auf Mehmet, ich hör auf den zu schlagen Der hat dir nichts gemacht Mehmet Mehmet Doch, der hat mich angegriffen Der ist selber schuld Hast du ihn wirklich angegriffen, Uli? Hä? Nein Ja, der hat ihn vorher angegriffen Plus wie viel? Ich hab ihn vor zehn Minuten und hab ihn einmal mit einem Pfeil abgeschossen Sure Tode Strafe He 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 Das hat natürlich viel level Julli von Gäste Ich glaub Julli rennt jetzt weg Erkommt einfach nie wieder Er hat einfach keinen Bock mehr schmiedet heimlich ein Plan und Boxen Jodi Bauterscheid ja ist aber er hat ja mein Kreuz eingesammelt Nö ich hab wieder alles hingeworfen und die Bauter einfach mal jetzt mal aus dein Haus für die Masse das Kacke